Ui, wer kommt denn da? He he he, ist das nicht der Marschel der Schirche, Jut? Haha, du hast gewiss wieder ein gutes Geschäft gemacht und an anständigen Menschen betrogen, ha? Eider, Herr Kasper! Ja? Mein Almeid verschrotten. Was aber gesagt, das muss ich mal verbieten, dass ich kein Betriegen. Tja, bin ich noch immer quest ein ehrlicher Jut und hab nur gehandelt mit mein Gutsgeld. So, so! Sollen wir das den Juden glauben? Nein! So, wenn man gut hilft, das müsste man glauben. Ich bin gewissen beim Schneider und hab mir machen lassen, an Eichs anziehen. A schönes, aus einem feinen Stoff. Du bist und bleibst ein dummer Jut. Was brauchst du denn in einem Anzug? Glaubst wohl, du kannst dich drin verstecken? Na, Marke, ich werd's dir geben. Auweh, nicht meine Nase, nicht meine Nase! Na, Kasper, lass doch selber ein Jut! Warum? In der langen Nase. Oje, meine Nase, meine große Nase! Am Ende bin ich selber ein Jut und hab's doch gar nicht bemerkt. Da muss ich mich ja selber hauen. WANZER 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 Schau dich doch an, schau dich doch an, schau dich 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 an. Diese Leere, Leere, diese ist nichts, nichts. Der Tod, der Tod, es ist die einzige Form, die in der Leere angemessen ist.